Ja Leute, das ist mein neuer Chantor. Eine Dudelsack-Übungspfeife aus Palisander. Wunder, wunderschön. Ja, ich übe mich täglich darin zu spielen. Für mich nicht einfach. Also wirklich puste ohne Hände. Ja, ich versuche, was ich jetzt rauskriege an Melodie. Ist so mein zweiter Versuch, jetzt mit Kamera. Ja, und da wollen wir mal sehen. Wer übrigens näheres wissen will, über den Chantor, den könnt ihr euch bei Fogfriends, habe ich den gekauft, und da könnt ihr auch ein Video sehen, wie es dann vom Profi geht. Ah, ah 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 Musik Ich muss noch üben, 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 üben. Ja, die Puste, die Puste, das ist mein Thema, aber der Lunge tut es gut, also tschau.